Ja, was steckt hinter der Hinterwäldler-Truppe, um was jetzt Odenwald? Was jetzt Odenwald ist nichts anderes als alter Wein in neuen Schläuchen. Im nachfolgenden Video erkläre ich euch das. Alter Wein in neuen Schläuchen ist eine Redewendung, die bedeutet, dass etwas Altes oder Bekanntes in neuem Gewand präsentiert wird. Das bezieht sich auf Ideen, Konzepte oder Produkte, die bereits existieren, aber mit einer neuen Verpackung oder Präsentation versehen werden, um sie attraktiver oder moderner erscheinen zu lassen. Es kann aber auch bedeuten, dass etwas Altes oder Überholtes wiederholt wird, ohne dass es wirklich innovativ oder originell ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017